Die Universitätsmedizin Mainz steht für eine enge Verzahnung von Spitzenmedizin, Forschung und Lehre. Wir sorgen dafür, dass neueste Erkenntnisse der medizinischen Forschung schnell beim Patienten ankommen. Als Haus der höchsten Versorgungsstufe stehen wir in einer besonderen Verantwortung. Wir helfen dort, wo andere nicht mehr weiterkommen. Die Basis für eine erfolgreiche Intensivtherapie ist eine gute und umfassende Pflege der uns anvertrauten Patienten. Alles, was die Universitätsmedizin Mainz ausmacht, das sind ihre Menschen. Als Kinderkrankenpfleger begleite ich junge Patienten kompetent und verlässlich und mit meiner Clowns-Nase in der Tasche, zauber ich gerne mal ein Lächeln auf ihre Gesichter. Wir vereinen wissenschaftliche Exzellenz unterschiedlicher Forschungsbereiche mit innovativen Ideen und forcieren den nationalen und internationalen Austausch. Bei uns dienen Forschung und Innovation dem Patienten. Wir überwinden Fächergrenzen, um Patienten die bestmögliche Chance auf Heilung zu geben. In interdisziplinären Tumorkonferenzen besprechen und vernetzen wir uns mit anderen Kliniken und niedergelassenen Ärzten, um gemeinsam für jeden einzelnen Patienten die optimale Therapie zu finden. Wir bilden die künftigen Spezialisten aus und sichern die Fachkräfte von morgen. Auch nach Studium und Ausbildung begleiten wir sie auf ihrem Weg und zeigen Karrierewege auf. Mit einer hochmodernen Lernklinik bieten wir unseren 3.300 Studierenden ein sehr innovatives Lernkonzept. Ob Virtual Reality oder die Arbeit mit Simulationspatienten. Learning by Doing war gestern. In einer der größten Krankenhausapotheken Deutschlands stellen wir Arzneimittel für Patienten individuell her. Dank hochmoderner Infrastruktur kommen sie schnell dort an, wo sie benötigt werden. Wir sind auch für die Kleinsten da. Eine individuelle und liebevolle Betreuung ist uns dabei besonders wichtig. Wir geben unser Wissen weiter und vernetzen Experten. Als überregionales Traumazentrum sind wir für die Erstversorgung von Schwerstverletzten zuständig. Wir retten Leben, wenn jede Sekunde zählt. Ob Medizin, Logistik, Technik oder Administration. In der Universitätsmedizin Mainz arbeiten mehr als 7600 Menschen aus vielen verschiedenen Berufen Hand in Hand. Jährlich versorgen wir mehr als 300.000 Patienten stationär und ambulant. Zusammen verfolgen wir ein Ziel. Unser Wissen für Ihre Gesundheit.